Ich sag gerade, was das für ein Hund ist. Steve, Steve, was ist denn das für ein Hund? Was ist das für ein Hund? Ah ja, ja geil, ich freu mich. Ja, weil er ist ja für Julia, weil sie hat das Lied gesungen, wo du geworfen hast. Ja, weil sie hat das Mikrofon in der Hand. Pass auf, wir machen das einfach so, in dem nächsten Lied werfe ich den Julia zu, weil das ist wieder ein Lied von Julia, okay? Ich werfe ihn jetzt, ich kann ja auch nach Ball spielen, ich bin ja auch in der dritten Mannschaft, im Haas-Gerde Berlin. Ja, klar. Nee, noch gar nicht. Ich weiß, dass er sich beim Pilz, in der dritten Mannschaft, in der dritten Mannschaft, in der dritten Mannschaft, in der dritten Mannschaft, in der dritten Mannschaft. Wie weit ist das für ein Hund? Ja, wir haben uns schon mal. Becky! 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 Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's, das war's. Video! Hallo, Lana, wie geht's dir? Super, Jana! Du bist in Erdicke! Du bist in Erdicke, das ist super!